Wir sind hier im wunderschönen Salzlandkreis. Wir sind direkt in Güsten. Daniela Kulik hat sich angemeldet. Ohne Wissen ihrer Mitarbeiter zur ersten Bürostuhlmeisterschaft Sachsen-Anhalts. So, komm mal mit. Jetzt geht's los. Achtung. Pssst. Die wissen es doch noch gar nicht, oder? Ah, genau. Und du bist die Daniela. Ja, ich bin der Tapper von Rheinland. Hallo, grüß dich, hallo. Komm mal rein, komm mal rein. Achtung. Pssst, wo sind sie denn? Ach, mach ich jetzt raus, den Überraschungs-Effekt. Jetzt geht's los. Moin. Moin. Oh, ja. Holger Tapper von Radio Brocken. Moin. Moin, Jungs. Moin, hallo. Die Daniela hat euch angemeldet zur ersten Bürostuhlmeisterschaft Sachsen-Anhalts. Und ihr seid mit dabei. Du hast dich jetzt gerade so gefreut. Worauf freust du dich denn da? Auf dem Rollstuhl. Auf dem Bürostuhl. Ist das so Rennen hier oder was? Ja, klar. Hartmut, komm einfach mal drauf. Du hast das gleiche Gewicht wie ich. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Na ja, ihr habt ja noch ein paar Tage bis zum großen Finale in Aschersleben. Aber auf jeden Fall seid ihr mit dabei. Das Team von der Firma Colleague ist mit dabei. Bei der ersten Bürostuhlmeisterschaft Sachsen-Anhalt. Ja. Die Radio Brocken Bürostuhlmeisterschaft mit der AOK Sachsen-Anhalt.